Banking jederzeit und überall. Mit der Consors Finanz Mastercard und der Mobile Banking App. Laden Sie jetzt die Consors Finanz Mobile Banking App herunter. Mit der Kontonummer auf Ihrer Karte und der fünfstelligen PIN, die Ihnen per Brief zugeschickt wurde, melden Sie sich erstmals an. Sie können jetzt Ihren Wunsch-PIN hinterlegen. Und für sicheres Einkaufen im Internet führen Sie den Mastercard Identity Check durch und hinterlegen Ihre persönliche Sicherheitsfrage. Jetzt haben Sie auch unterwegs immer alles im Blick. Zum Beispiel Ihren Echtzeitkontostand und sämtliche Umsätze. Manchmal braucht man kurzfristig mehr finanziellen Spielraum. Mit dem Cash-Click können Sie sich ganz einfach Geld auf Ihr Girokonto überweisen, Wunschbetrag auswählen und bestätigen. Fertig! Innerhalb von 48 Stunden ist das Geld auf Ihrem Konto. Im Bereich Saldo und Raten sehen Sie alle Verbindlichkeiten und Zahlungsweisen. Jetzt shoppen, flexibel zurückzahlen. Sie haben immer die Wahl, ob Sie lieber per Einmalzahlung zum Quartalsende oder in kleinen monatlichen Raten bezahlen möchten. Rate rauf, rate runter. Die Höhe bestimmen Sie einfach selbst. Die Consors Finanz Mastercard ist flexibel einsetzbar für 0 Euro Jahresgebühr. Und mit unserer Mobile Banking App haben Sie immer und überall alles im Blick. Jetzt die neue Consors Finanz Mobile Banking App herunterladen.